meine lieben grüß euch gott servus ich wünsche euch schöne ostertage platz euch beschenken und schenkt es her ich habe heute in illustrerrunde einen kleinen frühstau schoben das besondere ist die fastenzeit ist um hervorragend und ich habe gestern vom spätl was bekommen achi opterex kräuterlikör ja ich will es mir noch nicht zu viel verraten ich werde auch hinten auch gleich noch mal ein video nachschießen dass ihr vielleicht auch noch ein wenig beschäftigung habt wenn ihr nachmittag irgendwo bei der veransacht seid oder ihr wisst ja wenn ihr euch mal wegfahrt ist schaut mal gerne rein das ist eine bestimmt hochinteressante sache die brennerei sind schon bekannt in dem sinn lasst es euch gut gehen für die feier doch esst trinkt feiert wir wissen ja nicht wie lange wir zeit haben zum feiern darum und ja wir haben ja in letzter zeit öfter mal merkwürdige menschen geschrieben den merkwürdigen menschen möchte ich auf dem weg geben hei kommt der winnetou der indianer halbklein in dem sinn schöne feiertage bis zum nächsten video bleibt es meine freund servus